Ich bin Carola Schulz, bin 25 Jahre alt und ich möchte Baumblütenkönigin werden, weil es mir eine Ehre wäre, die Stadt Werder repräsentieren zu können. Ich bin Tourismusbetriebswirtin, bin in meinem Studium hierher gekommen und möchte hier auch bleiben. Meine Lieblingsobstweinsorte ist der Himbeerwein und was mich total mit Werder noch verbindet, ist der Sport. Ich spiele im Werder-Rahner Volleyballverein und mit meiner Mannschaft bin ich dies Jahr in die Landesliga aufgestiegen.